Hallo Kinder, der allererste Weihnachtsbaum. Eine Geschichte von Hermann Lönz über den allerersten Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsmann ging durch den Wald. Er war ärgerlich. Sein weißer Spitz, der sonst immer lustig bellend vor ihm herlief, merkte das und schlich hinter seinem Herrn mit eingezogener Rute her. Er hatte nämlich nicht mehr die rechte Freude an seiner Tätigkeit. Es war alle Jahre dasselbe. Es war kein Schwung in der Sache. Spielzeug und Esswaren, das war auf die Dauer nichts. Die Kinder freuten sich wohl darüber, aber quieken sollten sie und jubeln und singen. So wollte er es. Das taten sie aber nur noch sehr selten. Den ganzen Dezembermonat hatte der Weihnachtsmann schon darüber nachgedacht, was er wohl Neues erfinden könne, um einmal wieder eine rechte Weihnachtsfreude in die Kinderwelt zu bringen. Eine Weihnachtsfreude, an der auch die Großen teilnehmen könnten. Kostbarkeiten durften es auch nicht sein, denn er hatte so und so viel ausgegeben und mehr nicht. So stapfte er durch den verschneiten Wald. Bis er auf dem Kreuzweg war, dort wollte er sich mit dem Christkind treffen. Mit dem beriet er sich nämlich über die Verteilung der Gaben. Schon von Weitem sah er, dass das Christkind da war und ein heller Schein drumherum. Das Christkind hatte ein langes weißes Pelzkleidchen an und lachte über das ganze Gesicht. Denn um es herum lagen große Bündel Kleeschheu und Bohnenstiege und Espen und Weidenzweige und daran taten sich die hungrigen Hirsche, Rehen und Hasen gütlich. Sogar Kastanien, Eicheln und Rüben gab es. Der Weihnachtsmann nahm seinen Wolkenschieber ab und bot dem Christkind die Tageszeit. Na, Alterchen, wie geht's? fragt das Weihnachtskind. Hast wohl schlechte Laune? Damit hakte es den Alten unter und ging mit ihm. Hinter ihnen her trabte der kleine Spitz, aber er sah gar nicht mehr so betrübt aus und hielt seinen Schwanz kühn in die Luft. Ja, sagt der Weihnachtsmann, die ganze Sache macht mir so recht keinen Spaß mehr. Liegt es am Alter oder ansonsten was? Ich weiß nicht. Ich habe keine Lust mehr dazu. Das mit dem Pfefferkuchen und den Äpfeln, den Nüssen, das ist echt schwer. Das essen sie auf und dann ist das Fest vorbei. Man müsste etwas Neues erfinden. Etwas, das nicht zum Essen und nicht zum Spielen ist, aber wobei alt und jung singt und lacht und fröhlich wird. Das Christkind nickt, macht ein nachdenkliches Gesicht und sagte, da hast du recht, Alter. Mir ist das auch schon aufgefallen. Ich habe daran auch schon gedacht, aber das ist nicht so leicht. Das ist es ja gerade, knurde der Weihnachtsmann. Ich bin zu alt und dumm dazu. Ich habe schon richtig Kopfweh von dem ganzen Nachdenken und es fällt mir doch nichts Vernünftiges ein. Wenn es so weitergeht, schläft allmählich die ganze Sache ein und es wird ein Fest wie alle anderen, von dem die Menschen dann weiter nichts haben als faulenzen, essen und trinken. Nachdenklich gingen beide durch den weißen Winterwald, der Weihnachtsmann mit Brummigen, das Christkind mit nachdenklichem Gesicht. Es war so still im Wald, kein Zweig rührte sich nur, wenn die Eule sich auf einen Ast setzte, fiel ein Stück Schnee mit halblauterem Ton runter. So kamen die beiden, den Spitz hinter sich, aus dem hohen Holze auf eine kleine Lichtung, auf dem große und kleine Tannen standen. Das sah nun wunderschön aus. Der Mond schien hell und klar, alle Sterne leuchteten, der Schnee sah aus wie Silber und die Tannen standen darin, schwarz und weiß, dass es eine Pracht war. Eine fünffußhohe Tanne, die allein im Vordergrund starr, sah besonders reizend aus. Sie war regelmäßig gewachsen, hatte auf jedem Zweig einen Schneestreifen, an den Zweig spitzen kleine Eiszapfen und glitzerte und flimmerte nur so im Mondenschein. Das Christkind ließ den Arm des Weihnachtsmanns los, stieß den Alten an und zeigte auf die Tanne und sagte, Ist das nicht wunderschön? Ja, sagte der Weihnachtsmann, aber das hilft mir, das hilft mir das. Gib ein paar Äpfel her, sagt das Christkind. Ich habe einen Gedanken. Der Weihnachtsmann machte ein dummes Gesicht, denn er konnte sich nicht recht vorstellen, was das Christkind bei der Kälte Appetit auf einen eiskalten Apfel hatte. Er hatte zwar noch einen guten alten Schnaps in seinem Dachspolster, aber den mochte das Christkind bestimmt nicht. Er machte seinen Tragband ab, stellte eine riesige Kippe in den Schnee, kramte darin herum und lange, 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 nach langer Zeit fand er ein paar recht schöne Äpfel heraus. Dann fasste er in die Tasche, holte sein Messer, wetzte es an den Buchsbaumstamm und reichte es dem Christkind. Sieh, wie schlau du bist, sagt das Christkind. Nun schneid mal etwas Bindfaden in zwei Finger lange Stücke und mach mal kleine spitze Flöckchen. Der Weihnachtsmann kam das alles etwas ulkig vor, aber er sagte nichts und tat, was das Christkind ihm sagte. Als er die Bindfaden enden und die Flöckchen fertig hatte, nahm das Christkind einen Apfel, steckte ein Flöckchen hinein, band den Faden dran und hängte den an den Ast. So, sagte es dann, nun müssen auch an die anderen welche und dabei kannst du helfen, aber vorsichtig, dass kein Schnee herabfällt. Der Weihnachtsmann half, obgleich er nicht wusste, warum, aber es macht ihm schließlich Spaß. Und als die ganze kleine Tanne voll mit rotbackigen Äpfeln hing, da trat er fünf Schritte zurück, lachte und sagt, kick, wie niedlich das aussieht, aber das hat alles doch nur keinen Zweck, für was denn? Braucht denn alles gleich einen Zweck zu haben, fragt das Christkind. Pass auf, das wird noch schöner, nun gib mal die Nüsse her. Der Weihnachtsmann krabbelte in seinem Sack und holte die Walnüsse heraus und gab sie dem Christkind. Das steckte in jedes ein Hölzchen, machte einen Faden daran, er rieb immer eine Nuss an der goldenen Oberseite seiner Flügel und dann war die Nuss gold und die nächste an der silbernen Unterseite und dann war es eine silberne Nuss. Und die hing er zwischen die Äpfel. Was sagst du nun, Weihnachtsmann fragte er, ist das nicht allerliebst? Ja, sagte er, aber ich weiß immer noch nicht. Komm schon, lachte das Christkind. Hast du Lichter? Lichter nicht, meinte der Weihnachtsmann, aber Wachs. Das ist fein, sagt das Christkind und nahm den Wachs, zerschnitt es und drehte daraus ein Stück um den Mitteltrieb des Bäumchens und die anderen Stücke um die Zweigende. Bog sie hübsch gerade und sagte dann, hast du auch noch ein Feuerzeug? Gewiss, sagte der Weisachtsmann und gab, wie das in alten Zeiten so üblich war, nahm er nämlich einen Stein, Stahl, eine Schwammdose, pinkte Feuer aus dem Stein und ließ den Zunder in der Schwammdose zum Klimmen kommen und steckte daran ein paar Schwefelspäne an. Die gab er dem Christkind. Das nahm ein hellbrennenden Schwefelspann und steckte damit erst das oberste Licht an, dann das nächste, dann das rechte, dann das gegenüberliegende. Rund um das Bäumchen gehend brachte es so ein Licht nach dem anderen zum Brennen. Heute, liebe Kinder, nutzt man Streichhölzer. Ist das nicht mehr ganz so umständlich? Da stand nun das Bäumchen im Schnee. Aus einem halb verschneiten, dunklen Gezweig sahen die roten Backen der Äpfel, die goldenen und silbernen Nüsse blitzten und funkelten und die gelben Wachskerzen brannten feierlich. Das Christkind freute sich und lachte über das ganze Gesicht und patschte in die Hände und der Weihnachtsmann sah gar nicht mehr so brummig aus. Und der kleine weiße Spitz sprang hin und her und bellte. Als die Lichter ein wenig heruntergebrannt waren, wehte das Christkind mit seinen silbernen Flügeln und da gingen die ganzen Lichter aus. Da sagte es zum Weihnachtsmann, es soll das Bäumchen vorsichtig absägen. Das tat er dann und dann gingen beide den Berg hinab und nahmen das bunte Bäumchen mit. Als sie in den Ort kamen, schlief schon alles. Beim kleinsten Haus machten die beiden Halt. Das Christkind machte leise die Tür auf und trat ein. Der Weihnachtsmann ging hinterher. In der Stube stand ein dreibeiniger Schemel, das ist ein kleiner Stuhl, mit einer durchlochten Platte. Den stellten sie auf den Tisch und steckten den Baum hinein. Der Weihnachtsmann legte dann allerlei schöne Dinge, Spielzeug, Kuchen, Äpfel, Nüsse unter den Baum. Und dann verließen beide das Haus, ebenso leise, wie sie es betreten hat. Als der Mann, dem das Häuschen gehörte, am anderen Morgen aufwachte und den bunten Baum sah, da staunte er und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Als er aber den Türpfosten, den das Christkind Flügeln gestreift hatte, Gold- und Silberflimmer hängen sah, da wusste er Bescheid. Er steckte die Lichter an dem Bäumchen an und weckte Frau und Kinder. Das war eine Freude in dem Kleinhaus, wie an keinem Weihnachtstage zuvor. Keines von den Kindern sah nach dem Spielzeug und nach dem Kuchen oder den Äpfel. Sie sahen nur noch nach dem Lichterbaum. Sie fassten sich an den Händen, tanzten um den Baum und sangen alle Weihnachtslieder, die sie wussten. Und selbst das Kleinste, was noch auf den Armen getragen wurde, grähte, was es grähen konnte. Vor dem Fenster aber standen das Christkind und der Weihnachtsmann und sahen lächelnd zu. Als es helllich der Tag geworden war, da kamen die Freunde und Verwandte des Bergmanns, sahen sich das Bäumchen an, freuten sich darüber und gingen gleich in den Wald, um sich für ihre Kinder auch ein Weihnachtsbäumchen zu holen. Die anderen Leute, die das sahen, machten es nach, jeder holte sich einen Tannenbaum und putzte ihn an. Der eine so, der andere so, aber Lichter, Äpfel und Nüsse hingen sie alle daran. Als es dann Abend wurde, brannte im ganzen Dorf Haus für Haus ein Weihnachtsmann. Überall hörte man Weihnachtslieder und das Jubeln und Lachen der Kinder. Von da aus ist der Weihnachtsmann über ganz Deutschland gewandert und von da über die ganze Erde. Weil aber der erste Weihnachtsbaum am Morgen brannte, so wird in manchen Gegenden den Kindern morgens beschert. Und da aus ist der Weihnachtsmann, so wird in der Weihnachtsmann, so wird in der Weihnachtsmann. Und da aus ist der Weihnachtsmann, so wird in der Weihnachtsmann, so wird in der Weihnachtsmann. Vielen Dank.